Ehrenpreis Reinhard Schneider Eine nachhaltige Lebensweise mehrheitsfähig zu machen, das war und ist die Devise des gebürtigen Mainzers. Als Öko-Pionier steht Reinhard Schneider mit seinem Unternehmen Werner & Merz hinter Marken wie Emsal, Erdal, Green Care Professional und der wohl bekanntesten Frosch. Die ökologischen Reinigungsmittel werden bereits seit Mitte der 80er Jahre in Mainz und Hallein produziert und mittlerweile in zahlreichen anderen Ländern verkauft. Im Fokus steht dabei die Kreislaufwirtschaft und Umweltverträglichkeit der Produkte, angefangen bei den Rezepturen, der Verpackung, aber auch der Produktion. Mit Gründung der Frosch-Initiative möchte Reinhard Schneider weitere Impulse für den Umwelt- und Ressourcenschutz bieten. So setzt sich der Träger des Deutschen Umweltpreises seit 20 Jahren für die Wiederverwertung von Kunststoff ein. Aus altem, sortierten und zu granulat gemahlenen Plastik, sogenanntem Rezyklat, werden dabei neue Verpackungen hergestellt, anstatt das Abfallprodukt zu verbrennen oder auf gigantischen Deponien jahrelang zu horten. Für dieses besondere Engagement im Bereich Verantwortung und Zukunftsfähigkeit freut sich die Jury Reinhard Schneider heute mit dem Trigus Ehrenpreis auszuzeichnen.